Was machen wir jetzt? Servus. Wir springen und haben Spaß. Ja, richtig. Noch ein paar letzte Worte an die Family. Ich liebe euch alle. Willst du irgendwas beichten? Hast du noch einen Polen aus dem Kettbeutel geklaut? Nein, eigentlich nicht. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß und Schlag ein. Auf geht's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.